Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Deine Gesundheit machst du selbst. Mein Name ist Dr. Annette Jasper und ich spreche heute über ein ganz wichtiges Thema. Ein Thema, was so viele Menschen quält und ja, das Verhältnis zwischen Zahnarzt und Patient doch manchmal ziemlich belastet. Es geht um die Wurzelbehandlung, aber nicht einfach nur um die Wurzelbehandlung, sondern es geht um Schmerzen nach der Wurzelbehandlung. So viele Menschen fragen sich und auch mich immer wieder, wie kann es sein, dass ein toter Zahn, ein Zahn der Wurzel behandelt ist, der keine Nerven mehr hat? Wie kann es sein, dass dieser Zahn wehtut? Wie kann es sein, dass dieser Zahn schmerzt? Hat da der Zahnarzt einen Fehler gemacht? Ja, über dieses Thema spreche ich jetzt gleich und ich bin mir sicher, dass du da etwas mitnehmen kannst. Entweder weil du selbst betroffen bist oder weil du jemanden kennst oder auch nur, wenn du mitsprechen möchtest, wenn deine Bekannten und Freunde sich über Zahnschmerzen und Wurzelbehandlungen unterhalten. Also ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ganz ehrlich, so ein toter Zahn kann wirklich nerven. Ich habe in einer vorhergehenden Podcast-Folge und eigentlich schon in mehreren Podcast-Folgen über Wurzelbehandlungen gesprochen, wie eine Wurzelbehandlung durchgeführt wird, dass tote Zähne auch den Körper, das System belasten. Aber heute geht es ganz speziell darum, warum ein toter Zahn überhaupt noch wehtun kann. Und was ist denn da los? Was kann denn da überhaupt wehtun? Der Nerv ist doch weg. Der Zahn ist doch tot oder eben doch nicht. Also erst einmal möchte ich vorab schicken, dass sowohl Patient als auch der Zahnarzt, dass wirklich beide Parteien ganz frustriert sind. Und ich muss auch sagen, für mich fühlt es sich auch immer noch wie so eine Niederlage an, wenn ich eine Wurzelbehandlung gemacht habe und der Patient wiederkommt und sagt, der tut weh, der beruhigt sich nicht. Ich weiß, ich habe alles richtig gemacht. Ich weiß, mehr an Wurzelbehandlung kann ich da nicht tun. Und dennoch wird der Zahn nicht ruhig. Oder er war schon mal ruhig einige Tage oder vielleicht sogar ein, zwei Wochen und fängt dann wieder von Neuem an wehzutun. Was ist da los? Also Patient zweifelt am Zahnarzt. Zahnarzt ist frustriert. Manche werden natürlich ein bisschen bockig und sagen, na passt alles, ich habe alles richtig gemacht. Was ist da los? Was kann da also wehtun? Tatsächlich ist es so, dass ein wurzelbehandelter Zahn sehr wohl wehtun kann. Entweder direkt nach der Behandlung oder auch ein bisschen später. Also da darf man auch ein bisschen differenzieren tatsächlich. Der erste Grund, warum ein wurzelbehandelter Zahn nach der Behandlung wehtun kann, ist, ja, der liegt in der Anatomie des Zahnes. Es ist so, dass der Zahn mehrere Wurzeln hat und in den Wurzeln, also je nachdem, was für ein Zahn das ist. Es kann auch ein Zahn sein mit einer Wurzel, ganz klar. Aber auf jeden Fall in der einen oder in den mehreren Wurzeln liegen Wurzelkanäle, die verzweigt sind. Also das ist so tatsächlich wie bei einem Baum oder wie bei einer Pflanze. Das ist ein richtiges Geflecht an Kanälen. Das heißt, allein dadurch kann der Zahnarzt gar nicht diese Wurzelbehandlung dicht machen. Er kann noch so fantastisch arbeiten, noch so ein großes, tolles Mikroskop haben, noch so tolle Wurzelfüllmaterialien. Das ist alles gut und wichtig, um überhaupt eine Chance zu haben. Ja, aber wirklich dicht abfüllen, Bakterien dicht abfüllen, kann der Zahnarzt den Zahn ja gar nicht. So ein Zahn ist ja auch ein, so ein Zahn ist auch porös. Ja, also das ist ja, so ein Zahn hat ganz viele Kanächen, durch die eben Bakterien wieder durchdringen können. Und bedeutet also schon, egal wie gut der Zahnarzt arbeitet, es verbleiben immer, immer, immer Keime im Zahn und dann eben auch im Knochen. Denn so eine Wurzelbehandlung ist ja eine Entzündung dessen Zahnnerven, also der Pulpa. Der Zahnnerv ist eben auch nicht so ein Strang, sondern das ist so ein Nervengewebe. Und in dieser Nervenhöhle, in der Pulpa, befinden sich Blutgefäße, Lymphgefäße und Nervengefäße. Und die gehen durch einen Nervenaustrittspunkt an der Wurzelspitze sozusagen, gehen die in den Zahn hinein und versorgen den Zahn. Wenn der Zahnarzt also bis zu dieser Wurzelspitze eine Wurzelfüllung macht, wenn er das schafft, ist er schon ganz toll. Aber dieser Durchgang oder dieser Ausgang zum Knochen, der ist ja immer noch da. Das heißt, das, was dort sich vermehren kann, die Bakterien, die Keime, sind diejenigen im Knochen, dort kann es wehtun, weil dort gibt es natürlich Empfindlichkeiten und Nerven und genauso eben in diesem Innenleben des Zahnes. Nun ist der Zahn innen drin ja schon tot, ja, aber wenn die Bakterien sich weiter und weiter vermehren, dringen sie wieder nach außen und da können sie wieder Schmerzen verursachen. Das ist dann der Schmerz, der nach einer Weile dann wiederkommt. Ein weiterer Punkt, das ist dann schon der dritte Punkt, der dritte Grund ist, sehr häufig bzw. häufiger als man denkt, liegen tatsächlich auch Frakturen vor. Also, dass wirklich Risse und Sprünge, Brüche, Längsfrakturen in der Wurzel sind. Und die sind auf einer Röntgenaufnahme meistens nicht zu erkennen. Schon gar nicht auf einer zweidimensionalen Röntgenaufnahme. Und diese Bereiche, die tun dann bei Belastung immer weh. Noch ein weiterer Punkt ist tatsächlich die Überbelastung des Zahnes. Bedeutet, wenn du presst und knirscht mit den Zähnen und den Zahn überbelastest, dann tut er weh. Nicht sozusagen innen drin, sondern du drückst den Zahn durch das Pressen und Knirschen in sein Knochenfach hinein. Und in dem Knochenfach, in der Knochenhaut sozusagen, in der Wurzelhaut, dort sind eben auch Druckfühler und dort kann es erheblich wehtun. Und dort an dieser Wurzelhaut entstehen auch Entzündungen, wenn sich die Bakterien weiter vermehren. Oder wenn die Bakterien, die dort verblieben sind, einfach vom Immunsystem nicht abtransportiert werden können. Also, ich sage manchmal tatsächlich oder relativ häufig zu meinen Patienten, nachdem ich eine Wurzelbehandlung gemacht habe, ja, ich habe jetzt das getan, was ich jetzt tun konnte. Ich habe das Wurzelkanalsystem so gut gesäubert, wie es nur ging, wie ich das nur konnte. Ich habe alles gegeben, auch mit dem Mikroskop, mit Ultraschallspülungen. Und die restlichen Bakterien, die verblieben sind, die restlichen Bakterien, die jetzt noch da sind, mit denen muss jetzt das Immunsystem klarkommen. Das bedeutet, du kannst sehr wohl etwas tun, und zwar, indem du dein Immunsystem stärkst. Ja, weil in dem Augenblick, in dem du dein Immunsystem stärkst, du eine starke Abwehr ausbildest, ist dieser Zahn nicht mehr so eine Belastung und die Keime können eben besser abgebaut werden. Und dann gibt es noch einen letzten Grund für Zahnschmerzen nach einer Wurzelbehandlung. Das ist der fünfte Grund dann. Und zwar, wenn eine akute Entzündung in der Zahnfleischtasche vorliegt. Ja, dann tut dieser Zahn eben auch weh. Bedeutet, diese Zahnfleischtasche gehört gesäubert, möglicherweise auch da wieder das Immunsystem gestärkt. Was ist dann eben die Frage, warum ist diese Zahnfleischtasche so akut entzündet? Hast du dort nicht so gut geputzt? Hast du dich da vielleicht nicht getraut, weil der Zahn vorher wehgetan hat? Oder ist diese akute Entzündung der Zahnfleischtasche nicht nur an diesem einen Zahn, sondern auch noch an anderen Zähnen? Und liegt vielleicht sogar eine Parodontitis vor? Und da sind wir aber bei einem ganz anderen Thema. Deswegen will ich dieses Thema gar nicht aufmachen, gar nicht anfangen damit. Dazu gibt es auch einige Podcast-Folgen. Da brauchst du nur so ein bisschen zu suchen in einem Feed. Aber auch dies kann Schmerzen nach einer Wurzelbehandlung verursachen. Das ist dann nichts, was direkt danach passiert, sondern nach einer Weile. Schmerzen, die direkt danach geschehen, die am Zahnfleisch entstehen oder am Zahnfleisch eigentlich sind, können entstehen, wenn der Zahnarzt, und das machen Zahnärzte, die sehr gewissenhaft und sehr genau arbeiten, wenn der Zahnarzt einen Kofferdamm angelegt hat um den Zahn, also so ein Gummitüchlein wie so ein Operationstüchlein, um wirklich den Zahn dicht abzufüllen und zu verhindern, dass Speichel hineinkommt und um auch zu verhindern, dass die Spüllösungen, mit denen der Zahnarzt arbeitet, in deinen Mund hineinkommen, die ja auch ätzend sind für die Schleimhaut. Also so ein Tüchlein, so ein Kofferdammtüchlein wird mit einer Klammer am Zahn befestigt und diese Klammer, die kann sehr wohl das Zahnfleisch auch etwas eindrücken und das spürst du dann möglicherweise, je nachdem wie die Klammer gesetzt worden ist und wo der Zahn nun liegt, möglicherweise spürst du das einfach ein paar Tage noch. Du spürst auch möglicherweise ein paar Tage noch nach der Wurzelbehandlung überhaupt sozusagen, ja, dass da quasi was gemacht worden ist. Weil der Zahnarzt, wenn er es schafft, wirklich dieses Kanalsystem bis zur Wurzelspitze zu spülen und zu säubern, dann kannst du dir vorstellen, dann kommt auch diese Spülmittel, diese Spülflüssigkeit, Spülflüssigkeit, die kommt auch quasi direkt an der Wurzelspitze an und geht möglicherweise so ein bisschen nach draußen, also in den umliegenden Knochen ist schon zu viel gesagt, aber in dieses Gewebe direkt an der Wurzelspitze. Das heißt, dieses Gewebe wird möglicherweise durch die Spüllösung und durch das Wurzelfüllmaterial, durch die Wurzelfüllung etwas gereizt. Ja, also wenn du so ein, zwei Tage danach noch ein bisschen Aufbissprobleme hast, noch ein bisschen Schmerzen am Zahn, das ist relativ normal. Natürlich ist es wünschenswert, wenn du nichts spürst danach, aber es ist normal. Und alles, was darüber hinausgeht, ja, das kann auch alles sein. Der Zahn kann und darf noch eine Weile etwas druckempfindlich sein, aber nicht so sehr, dass du eine Schmerztablette nehmen musst. Ja, also so sehr nicht, sondern einfach nur so, dass du beim Essen, beim Kauen, wenn etwas Hartes isst, dass du diesen Zahn lieber meidest. Das ist normal für eine Weile. Irgendwann solltest du aber diesen Zahn genauso belasten können wie jeden anderen Zahn. Ja, fehlerweise möchte ich aber noch dazu sagen, dass sich sehr viele tote Zähne einfach wirklich anders anfühlen. Ja, die sind ja auch anders. Also, wenn du sensibel bist, dann spürst du einfach, dass dieser Zahn sich anders anfühlt. Wenn ein Zahnarzt diesen Zahn abklopft, also auf verschiedene Zähne so klopft, so einen Klopftest macht, hast du vielleicht schon mal gehabt, dann hört dieser Zahn sich ja auch anders an. Er ist ja einfach anders. Also insofern, an diesem Zahn ist etwas anderes passiert als an anderen Zähnen und so ist es nun mal, Punkt. Bedeutet aber nicht, dass du dort immer und ewig Schmerzen haben solltest. Jedoch, bedenke, ein wurzelgefüllter Zahn, der ist, der sondert immer Gifte in deinen Körper ab. Bedeutet, wenn der Zahnarzt diese Wurzelfüllung aufgrund einer sehr großen Verflechtung der Wurzelkanäle nicht so dicht machen konnte, wie sowohl er als auch du dir das wünscht, sondert der Zahn natürlich mehr Gifte ab in den Körper als ein Zahn, der wirklich eine ganz gerade Wurzel hat, vielleicht ein Schneidezahn ist, wo das Ganze einfach einfacher ist. Nichtsdestotrotz, sondert auch dieser Zahn Gifte Stoffe ab in den Körper. Und wenn du sehr sensibel bist, dann kann es sein, dass du das einfach spürst. Dass du das einfach spürst. Und es kann sein, dass so ein Zahn eine zu große Belastung tatsächlich für deinen Organismus ist. Und in dem Fall müsste er tatsächlich entfernt werden. Übrigens kann man das auch messen, wie viele Giftstoffe der Zahn absondert. Und zwar heißt dieser Test Orotox-Test. Man kann mit dem Orotox-Test wirklich die Gifte, die in den Parodontalspalt, also in den Spalt zwischen Zahn und Zahnfleisch, also in der Zahnfleisch-Tasche abgesondert werden. Die Gifte kann man messen. Dieser Test geht schmerzfrei und relativ zügig in der Zahnarztpraxis, also wenn ein Zahnarzt das anbietet. Bei mir ist das eine sehr beliebte Methode, wenn ich herausfinden möchte, ob ein wurzelbehandelter Zahn raus muss oder nicht. Also wenn es darum geht, okay, ich habe als Aufgabe, eine Herdbelastung rauszufinden, dann bediene ich mich ganz, ganz gerne dieses Testes. Nicht nur dieses Testes, sondern auch andere Verfahren, aber das ist mit ein Tool, welches ich ganz, ganz gerne verwende. Ja, das war die Folge zu den Schmerzen am toten Zahn. Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen mit dieser kleinen und kurzen Podcast-Folge über Schmerzen am toten Zahn. Ich mag das ganz gerne für dich nochmal zusammenfassen. Es sind letztlich fünf Gründe. Einmal, aufgrund der Anatomie des Zahnes ist es gar nicht möglich, die Wurzelfüllung so dicht zu gestalten, dass wirklich alle Bakterien im Zahn entfernt werden. Zweitens, es verbleiben auch Keime im Knochen, mit denen das Immunsystem meistens fertig wird, jedoch nicht immer und auch nicht immer so schnell. Drittens, kann auch ein Bruch in der Wurzel vorliegen. Viertens, der Zahn kann überlastet sein. In dem Fall wird er vom Zahnarzt etwas niedriger geschliffen, etwas eingeschliffen. Und es kann auch eine akute Entzündung der Zahnfleischtasche vorliegen. Also das alles sind Gründe für Schmerzen am toten Zahn. Wenn die Schmerzen aber direkt nach der Behandlung, also wenn ein Tag davor die Behandlung war, wenn die direkt nach der Behandlung auftreten, dann kann das einfach auch noch eine Reizung des Gewebes sein, aufgrund der Wurzelfüllung und aufgrund der Spüllösungen, die der Zahnarzt verwendet hat. Oder aufgrund der Klammer, mit der ein Tüchlein, ein Kofferdamm am Zahn befestigt worden ist. Sehr gerne kannst du dir zu dieser Folge noch den entsprechenden Blogartikel auf meiner Webseite drannertejasper.de durchlesen, wenn du es nochmal schriftlich haben willst. Oder du schaust bei YouTube vorbei und schaust dir da die Folge dazu an. Übrigens lade ich dich sowieso auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal ein. Ich möchte den in Zukunft ein bisschen aktivieren. Ich habe den so ein bisschen vernachlässigt beziehungsweise hatte ich doch gar nicht so richtig gepflegt und habe jetzt so richtig Lust darauf, einfach auch ab und zu mal ein Video für dich aufzunehmen. Also ich freue mich, wenn du da vorbeischaust und natürlich freue ich mich auch, wenn du Fragen hast. Die kannst du mir gerne über Instagram oder Facebook stellen oder dann eben in Zukunft auf dem YouTube-Kanal oder du machst einfach einen Termin in meiner Online-Sprechstunde aus, wenn es um etwas ganz Individuelles geht, welches du ganz persönlich mit mir übersprechen möchtest. Natürlich bist du auch ganz, ganz herzlich in meine Praxis eingeladen. Hat dir die Folge gefallen? Dann teile sie ganz gerne mit deinen Freunden, denn Wurzelbehandlungen sind immer wieder ein Thema. Und wenn sie dir richtig gut gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung. Nimm dir ein bisschen Zeit und schreibe mir eine positive Bewertung. Somit hilfst du dem Podcast, bekannter zu werden und einfach von mehr Menschen aufgefunden zu werden. Nun wünsche ich dir aber einen schmerzfreien Tag. Pass gut auf dich auf und schalte nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.